Am 5. Mai um 15 Uhr findet das nächste digitale Bilderbuchkino aus der Stadtbibliothek statt. Die Schluckauf-Prinzessin ist der Titel der Bilderbuchgeschichte von Nina Dulek, die den drei bis sechsjährigen Kindern und ihren Eltern vorgelesen und gezeigt wird. Interessierte Eltern und ihre Kinder melden sich unter leseförderung-at-gosla.de oder unter der Telefonnummer 05321 704 579 zum Bilderbuchkino an. Bei der Anmeldung erhalten die Eltern dann die Zugangsdaten für die Lesung, die über eine Videokonferenz abgehalten wird. Voraussetzung für die Teilnahme ist ein PC mit stabilem Internetzugang laut Sprechern und Mikrofon. Die Bauarbeiten nahe dem Moritz-von-Sachsen-Platz schreiten voran. Seit Mittwoch, dem 28. April bis voraussichtlich Ende Juni, wird die Straße an der Abzucht zwischen Schulstraße und Rundenienstraße gesperrt. Die Straße, die nach dem Hochwasser zunächst provisorisch ausgebessert worden war, wird nun neu gepflastert. Für direkte Anwohner ist der Bereich der Bauarbeiten an der Trollmönchbrücke und der Straße an der Abzucht fußläufig passierbar. Bei der Entwicklung des Kaiserpfalzquartiers wird es künftig einen Projektkoordinator für die Baumaßnahmen auf dem Gesamtareal geben. Die Wahl fiel auf das Büro HIDA aus Braunschweig. Seit mehr als 20 Jahren realisiert Amir HIDA mit seinem Team verschiedenste Bauvorhaben und verfügt über umfangreiche Erfahrungen mit anspruchsvollen Projekten. Auch Investor Hans-Joachim Tessner möchte nun zügig vorankommen und riesige Firmen für das Bauprojekt finden. Er betont die gute Zusammenarbeit mit der Stadt und sieht in dem Siegerentwurf die Grundlage für ein Konzept für Goslar, das sicherlich in die Geschichtsbücher eingehen wird. Am 8. Mai findet wieder der bundesweite Aktionstag, Tag der Städtebauförderung, statt. Auch die Stadt Goslar folgt der Einladung, Projekte, Planungen und Erfolge vorzustellen, aufgrund der Corona-Pandemie diesmal auf digitalem Wege. Für das Sanierungsgebiet Jürgen Ohl sind von 10 bis 12 Uhr alle Interessierten zu einer Gesprächsrunde eingeladen, die per Livestream über den YouTube-Kanal Goslar übertragen wird. Für das Sanierungsgebiet Altstadt-Östlicher Teil ist von 14 bis 16 Uhr eine digitale Podiumsdiskussion geplant. Eigentümer aus dem Gebiet können zudem persönlich in den Austausch kommen. Veranstaltungsort wird das GoTec 2 auf dem Energiecampus am Stollen 19c in Goslar sein. Da die Räumlichkeit nur eine geringe Anzahl an Teilnehmern ermöglicht, werden Interessierte gebeten, sich vorab per E-Mail unter juliana.bargus.goslar.de anzumelden. Der Baufortschritt im Projekt Kulturmarktplatz Goslar wird mittels einer Fotoreihe mit Vorjahr-Nachher-Bildern der Jahre 2016-17 bis 2021 auf der städtischen Homepage www.goslar.de präsentiert und auf den städtischen Social-Media-Kanälen auf Facebook und Instagram am 8. Mai gezeigt. Auch die Goslarer Kaiserpfalz reduziert, ebenso wie die Welterbemuseen, ihre Öffnungszeiten. Beginnend im Mai ist nur noch von Freitag bis Sonntag geöffnet, innerhalb der gewohnten Öffnungszeiten von 10 bis 17 Uhr. Die Erfahrungen der vergangenen Wochen haben gezeigt, dass infolge der Einschränkungen des Reiseverkehrs die Besucherzahlen bei durchschnittlich etwa 10% des normalen Aufkommens liegen, an Wochentagen noch deutlich darunter. Wie lange diese Einschränkung aufrechterhalten bleibt, hängt von der weiteren Entwicklung der Pandemie ab. Bei einer positiven Entwicklung der Inzidenz oder Lockerungen, die den Reiseverkehr wieder möglich machen, will man unmittelbar reagieren. Dann wird auch das Goslarer Museum wieder öffnen, das zunächst komplett geschlossen bleibt. In der Führerscheinstelle des Landkreises Goslar kommt es aktuell vermehrt zu als dringlich deklarierten Anträgen auf Verlängerung von Fahrerlaubnissen für Berufskraftfahrer, die in den nächsten Wochen ablaufen. Da es aufgrund eines personellen Umbruchs in der Führerscheinstelle derzeit zu längeren Bearbeitungszeiten kommt bzw. Termine zur Antragstellung ausgebucht sind, möchte der Landkreis Goslar nochmals gezielt auf Sonderregelungen für Berufskraftfahrer während der Corona-Pandemie hinweisen. Danach gelten Weiterbildungen und Befähigungs- bzw. Fahrerqualifizierungsnachweise, die zwischen dem 1. September 2020 und dem 30. Juni 2021 ablaufen, je nach Konstellation automatisch als um sechs bzw. zehn Monate verlängert. Weitere Infos findet man auf der Homepage des Landkreises Goslar unter www.landkreis-goslar.de unter der Rubrik Bürgerservice, Auto und Verkehr, Fahrerlaubnisbehörde. Damit schulpflichtige Kinder im Schuljahr 2022-23 in die 1. Klasse starten können, müssen ihre Eltern sie rechtzeitig anmelden. Die Stadt Goslar hatte bereits die Anmeldetermine der Goslarer Grundschulen in einer Tabelle zusammengefasst und veröffentlicht. Die Goethe-Schule muss ihre Termine nun aufgrund interner, organisatorischer Belange um eine Woche nach hinten verschieben. Schulanmeldungen bei der Goethe-Schule sind nun von Dienstag, dem 8. Juni, bis Donnerstag, dem 10. Juni, jeweils von 15 bis 17 Uhr möglich. Die Schulbezirkssatzung sowie ein Informationsblatt zur Schulanmeldung finden Eltern im Internet auf der Homepage der Stadt Goslar. Die Schulbezirkssee bis Bonnen Termina Katja chri dr Wir d